Guten Abend liebe Sporthilfe-Fans, ich bin hier beim Junior Sportler des Jahres 2019 und ihr findet nicht nur die Wahl zum Junior Sportler statt, sondern hier werden auch ehemalige Athleten verabschiedet. Ich bin eine davon und möchte euch heute hiermit durch die Veranstaltung nehmen. Kommt mit! Ein herzliches Hallo, schön bei Ihnen zu sein. Herzlich Willkommen zur Junior Sportler des Jahres Wahl 2019. Jetzt starten wir mit der ersten Kategorie Junior Sportler des Jahres in der Kategorie Behinderten Sportler und Gehörlosen Sportler. Herzlichen Glückwunsch und hier sind für Sie Leon Schäfer und Finja Rosendahl. Herzlichen Glückwunsch. Also ich freue mich riesig. Für mich ist es eine Riesenauszeichnung und ich möchte auch allen Danke sagen, die mich unterstützen, damit ich hier überhaupt stehen kann. Ich denke auf jeden Fall, dass es jetzt in Dubai weit geht. Ja doch, also Ziele sind schon die sieben Meter zu springen jetzt. Euer Applaus genießt diesen Moment. Ihr habt es wahrlich verdient. Finja Rosendahl und Leon Schäfer. Jetzt sind wir auch schon bei der zweiten Kategorie Junior Sportler des Jahres in der Kategorie Mannschaft. Es ist mir eine große Freude, die drei heute als Mannschaft des Jahres zu ehren. Eine besondere Auszeichnung, die euch Mut und Kraft geben soll für die Zukunft. Es lohnt sich zu träumen, seine Ziele zu verfolgen. Emma Götz, Alessa, Catrino, Pröbster, Lea-Sophie, Friedrich. Das war auch zur WM, das war ein unbeschreibliches Gefühl, wo wir da einfach zusammen dann am Abend, ich weiß gar nicht, ob wir das richtig realisiert haben, aber ich glaube zwei, drei Tage später, da war die Freude noch viel, viel größer zusammen. Wir müssen uns um den Bahnradsport in Deutschland keine Sorgen machen. Vielen Dank an Miriam Welte. Genießt es euer Applaus. Emma Götz, Alessa, Catriona, Pröbster. Herzlichen Glückwunsch. Wir sind jetzt mitten im Programm und gleich geht es los. Wir werden verabschiedet auf der Bühne und auch mein großer Park beginnt. Ich darf nämlich im Namen aller noch eine kleine Dankesrede halten. Einige der Sportler, die heute hier sind, haben in diesem Jahr auch ihre aktive Karriere beendet, wie unter anderem zum Beispiel Miriam Welte gerade gesehen. Und von ihnen wollen wir uns heute verabschieden und ich finde es große Klasse, dass es genau hier in diesem Rahmen passiert, denn viele haben ja genau hier auch angefangen, sind zum Teil auch mal Juniorsportler des Jahres geworden und für sie schließt sich dann hier nach einer langen, erfolgreichen, sportlichen Karriere der Kreis. Applaus Und ich möchte mich sehr gerne sehr lange noch an diese Momente erinnern und ich möchte ganz herzlich Danke dafür sagen, dass ich diese Möglichkeit dieser Förderung hatte. Es war nicht nur finanziell und auch hier denke ich, spreche ich jetzt wieder für uns alle, sondern es war die Möglichkeit uns weiter zu entwickeln und über den Tellerrand hinaus zu schauen. Euer Applaus, vielen herzlichen Dank! Applaus So, meine Damen und Herren, wir sind endlich angekommen bei der Juniorsportler des Jahreswahl in der Einzelwertung. Hallo ihr Lieben, hier ist der Niklas, viele Grüße nach Düsseldorf und vor allen Dingen viele Grüße an die Nominierten. Und der Juniorsportler 2019 ist Alexandra Föster. Alexander Föster unter den Wintersportlern gewinnt den Juniorsportler des Jahres. Dein Applaus, dein Moment! Alexandra, wie fühlst du dich jetzt? Ja, es ist immer noch überwältigend. Also ja, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Es ist einfach nur krass. Es war einfach ein wunderschöner Abend bisher. Die Standing Ovations, die wir bekommen haben, waren wirklich ein absoluter Gänsehautmoment und das war wirklich ein großes Stück Anerkennung. Und ich bin einfach dankbar für diese unglaublich tolle Zeit, aber auch, dass ich euch alle kennenlernen durfte, dass ich so viele Sportler kennenlernen durfte. Musik Musik Ja, der offizielle Part neigt sich dem Ende entgegen. Ich werde jetzt hier hinten ein bisschen mich ins Getümmel stürzen. Und es hat mir viel Spaß mit euch gemacht. Bis zum nächsten Mal. Ciao! Musik 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 Musik